Hallo Carmen, du bist ja die Kärntnerin im Weltcup Team, du trainierst jetzt am Mötala Gletscher. Was sagst du denn zu den Verhältnissen da? Ja, ich glaube, wir haben es super erwischt, also die Piste ist sowieso ein Traum und mit dem Wetter haben wir es so wahnsinnig erwischt. Also der Nebel, das ist echt der Wahnsinn, dass der unten im Tal geblieben ist während dem ganzen Training und ja, super. Also kommen Sie auf am Gletscher, das ist ein Wahnsinn. Und was hast du für die heutige Saison? Ja, natürlich habe ich einige Ziele, vor allem mit dem Slalom, also ich möchte gerne zur WM und bis zum Teil möchte ich auch schauen, dass ich noch weiter vor komme. Und ja, für gute Ergebnisse darf ich nicht schauen. Ja, dann halten wir deinen Kärnten die Daumen. Alles Gute! Danke!